Das ist ein unheilbarer Zustand. Entschuldigung, ich muss ganz kurz reden und eine kurze Zwischenansage machen. Leute, das was ihr da auf den Containern macht, das ist nicht ungefährlich. Bitte achtet zumindest auf die Leute neben euch, bewegt euch auch ruhig und gelassen und fangt bitte nicht an zu hüpfen da oben. Wir wollen hier keine Unfälle. Jetzt weiter mit einer Eiger. Scheiß auf! Die Automobilindustrie ist nicht gut. Wir möchten leider unser Holzwagen haben. Aber wir sind auch auf einem Straßennetz des 19. Jahrhunderts. Die Vorstellung ist lächerlich. Und genau so lächerlich ist die Vorstellung, ein Vorheberrecht, das für das Internet nicht kauft, ob nicht anhalten zu können.